Ciao, Freunde! Was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem ersten Video. Und zwar ist das eine Einführung zu diesem Kanal. Alle Leute, die sich jetzt fragen, hey, Mann, den gab es doch schon mal und so. Ja, den Kanal habe ich nochmal gelöscht. Und fange jetzt hiermit mit einem neuen, offiziellen, der auch für immer da ist, Kanal an. Dieser Kanal besteht aus Soccer-Tutorials, überwiegend, denke ich. Und hier und da werden auch mal Screen-Comedys, also auch Pranks gedreht. Und mal sehen, was mehr liegt an Likes. Das heißt, wir werden schauen, was die Differenz ist, also ob die Likes mehr bei den Pranks sind oder ob die Likes mehr bei den Soccer-Tutorials liegen. Und ja, ich werde heute, denke ich mal, direkt ein Soccer-Tutorial hochladen von dem Spiel 8-Bit-Water-Slide. Das haben einige Leute gefeiert. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall zurück mit diesem Kanal. Und ich hoffe, der Kanal wird euch gefallen. Und lasst einfach mal direkt, einfach mal schnurksknacker ein Abo da. Aber ich habe da schon eine Facebook-Seite da, habe ich schon über 100 Abos. Das war nicht viel, aber nach diesem Stand jetzt reicht es auf jeden Fall. Und ja, ich werde auf jeden Fall aktiv sein. Aktiver YouTuber, da mir das so viel Spaß macht. Und alle Leute, die mich haten und sagen, hey, du bist doch DJ Ace-Tune, warum machst du das jetzt? Übrigens, meinen DJ Ace-Tune-Kanal, den habe ich auch direkt hier unter dem Video verlinkt. Dann ist mir scheißegal. Ich mache das, was mir am meisten Spaß macht. Mir macht Musik. Das DJ sein macht mir sehr viel Spaß. Das ist eine Sache. Natürlich zocke ich auch gerne. Dann dachte ich mir, warum verbinde ich das nicht eigentlich einfach mit YouTube? Weil ich habe da doch nichts von, wenn ich einfach nur so rumzocke. Wenn ich wenigstens Videos zusammenschneide oder so und die dann bearbeite und auf YouTube hochlade, da habe ich da wenigstens mehr was von. Und dann dachte ich mir, ja, komm, Marnik. Ja, wie gänzt du dich? Ja, komm ich auf Marnik. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Fragt mich das nicht. Schreibt das gar nicht erst in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Also mir ist der Name irgendwie im Kopf gewesen. Nachts, als ich gebänd habe und morgens bin ich aufgestanden. Ja, Marnik. Heißt Marnik. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß auf diesem Kanal. Abonniert, lasst Abos da. Ladet eure Freunde ein oder sonst was. Umso mehr Abos ich habe, umso mehr werde ich auch aktiv sein. Und umso mehr Videos lade ich auch hoch. Und ja, viele Leute haben mich halt gefragt, so, wo bleibt der nächste Video bei Marnik, ne? Wir vermissen das, diese Zockertutorials, ne? Selbst mein bester Freund, der ist Kurde und der geht mir normalerweise immer auf den Sack und hatet mein YouTube, sagt immer so, was machst du denn da? Was machst du da? Und so, ne? Ich bin ein Anfänger, ne? Ich bin jetzt kein Ultra-Youtuber, ne? Wo man, wo ich auf meine Hater scheiße. Natürlich höre ich mir da ein bisschen was von ab, ne? Aber selbst der sagt, Junge, wo bleibt das nächste Marnik-Video? Das ist so geil, das ist spannend. Da wird viel erzählt und man ist immer auf dem neuesten Stand der Spiele und so, ne? Und dann dachte ich mir, komm, fängst du einfach mal wieder an. Jetzt mit einem neuen Kanal in meiner Wohnung wird das hier übrigens gedreht, das Video. Und davon mache ich bestimmt auch nochmal ein Video über diesen Kanal. Und ja, also ich habe jetzt nichts mehr. Ich werde auf jeden Fall mein Snapchat und mein Instagram unten in diese Videobeschreibung reinballern. Und dann könnt ihr mich immer verfolgen, was ich gerade mache. Ob ich DJ bin, ob ich normaler Mensch bin oder ob ich Marnik bin, ne? Ja, und ihr könnt halt immer sehen, ob ich auf Tour bin, ob ich unterwegs bin. Dies, das, ne? Ist doch jetzt nicht der Rede wert. Nur an die Leute, die Interesse haben an meinem Instagram oder an meinem Snapchat. Die können gerne unten drauf zugreifen. Ja, Leute, das war's. Lasst ein Like da, teilt das Video ein bisschen rum, damit ihr in der Gegend, wo ich wohne, damit offiziell wieder die Marnik-Show weitergeht. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und Peace, haut rein!